in diesem video wollen wir uns die kardinalzahlen anschauen 3 bis 10 und wie man mit ihnen umgeht die zahl wird als bezeichnet das gezählte nennt man bei der verwendung von kardinalzahlen gibt es immer diese zwei elemente durch eine kardinalzahl wird nämlich die menge von etwas angegeben drei autos vier bücher und so weiter daher haben wir immer eine zahl und das gezählte nehmen wir an wir haben drei bücher wie drücken wir das auf arabisch aus wir würden sagen thalathatu kutub thalatha ist die zahl al-adat und kutub ist das aufgezählte das wir als ma'adud bezeichnen schauen wir uns nun an was bei den kardinalzahlen 3 bis 10 zu beachten ist erstens zuerst erwähnen wir die zahl wie du sehen kannst sagen wir thalathatu kutub die zahl wird zuerst genannt dann folgt das gezählte das aufgezählte zweitens zahl und das aufgezählte bilden eine genitiv verbindung daher bekommt die zahl keinen artikel und das zweite wortglied steht im genitiv was sich in unserem fall hier durch das kassel äußert drittens die divergenz der geschlechter das heißt dass das geschlecht der zahl und des aufgezählten nicht übereinstimmen sondern verschieden sind viertens geschlecht der zahl ist das entgegengesetzte geschlecht des gezählten das bedeutet dass wir uns das geschlecht des gezählten anschauen und der zahl das entgegengesetzte geschlecht geben fünftens es entscheidet das geschlecht der einzahl das bedeutet wir schauen uns das wort in seiner einzahl an ist es in der einzahl maskulin dann ist die zahl feminin ist es in der einzahl feminin muss die zahl maskulin sein und der letzte punkt das gezählte steht im plural nun schauen wir uns ein beispiel an wir haben vier autos die einzahl des begriffes auto lautet sei jahre die medzahl lautet sei jahr hat wir sagen arba sei jahr hat arba ist hier maskulin da das wort sei jahre feminin ist maskulin da ist maskulin da ist Vielen Dank.